Ein berühmter Zauberer tritt heute auf. Er wird seinen spektakulärsten Trick vorführen, doch leider ist nur ein einziger Zuschauer zur Show gekommen. Der Zauberer legt acht verschiedene Karten auf den Tisch und deckt sie mit einem schwarzen Tuch ab. Er bittet den Zuschauer näher zu kommen. Du siehst zwei Reihen mit je vier Karten. Ich möchte, dass du eine auswählst, aber ganz schnell. Bist du bereit? fragt der Zauberer. Er hebt das Tuch für eine Sekunde an und deckt die Karten dann wieder zu. Der Zuschauer hat eine Karte ausgewählt. Der Zauberer sieht ihn an und flüstert. Jetzt schließe deine Augen. Denke an die Karte. Denke an sie und an nichts anderes. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Der Zuschauer schließt seine Augen. Nach ein paar Sekunden sagt der Zauberer. Schau auf den Tisch. Ich habe deine Karte entfernt und sie durch eine neue ersetzt. Der Mann öffnet seine Augen und das ist Magie. Der Zauberer hat genau die Karte entfernt, an die der Zuschauer gedacht hat. Wie hat er das gemacht? Hier gibt es keine Magie. Der Zauberer hat alle Karten auf dem Tisch durch neue Karten ersetzt, aber der Zuschauer hat es nicht bemerkt, weil er an seine Karte gedacht hat. Johnny ist auf einer einsamen Insel. Er läuft durch den Dschungel und findet eine alte Schatztruhe und als er sie berührt, springen drei Zombie-Piraten hinter den Bäumen vor. Wir hüten dieses Gold seit 500 Jahren und du wirst es nicht nehmen, sagt einer von ihnen. Johnny merkt, dass mit diesen Typen irgendwas nicht stimmt. Sie scheinen nicht das zu sein, wonach sie aussehen. Warum? Dieser Pirat trägt Turnschuhe. Siehst du, der zweite hat ein Telefon in seiner Tasche und am Säbel des dritten Piraten hängt noch das Preisschild. Ein berühmter Kurierdienst stellt neue Mitarbeiter ein. Um den Job zu bekommen, müssen die Kandidaten einen dreistündigen Marathon mit einem Paket laufen. Die Kandidaten bewältigen diese Aufgabe mit Leichtigkeit. Dann fordert der Chef sie auf, eine Bahn im olympischen Schwimmbecken zu schwimmen. Einer der Kandidaten hält in der Mitte an, um nach Luft zu schnappen. Er scheidet aus. Es bleiben noch drei Kandidaten übrig. Jetzt müssen sie einen Test in Kernphysik bestehen. Nur zwei Kandidaten machen keine Fehler. Der dritte ist weg. Und die letzte Aufgabe besteht darin, den Everest zu bezwingen. Und da sind sie und erklimmen den Gipfel. Weißt du eigentlich, welches Gehalt sie bieten? Fragt einer von ihnen. 20 Euro pro Stunde, antwortet der zweite Kandidat. Endlich kommen sie auf dem Gipfel an und treffen dort den Chef. Er sieht sie an und sagt, ihr beide habt es bis hierher geschafft. Aber ich werde nur einen von euch einstellen. Wer wird den Job bekommen? Der erste Kandidat. Er hat immer noch das Paket bei sich, das er vor dem Marathon bekommen hat. Zwei einflussreiche Filmproduzenten sitzen beim Frühstück in einem teuren Restaurant. Sie besprechen das Budget für eine Fortsetzung eines sehr erfolgreichen Films, der an den Kinokassen 500 Millionen Dollar eingespielt hat. Sie reden sehr leise, weil sie über wichtige Details des Drehbuchs reden. Sie haben Angst, dass sie jemand belauschen könnte. Und die Produzenten haben recht. Einige neugierige Leute belauschen tatsächlich ihr Gespräch. Finde sie. Am Nebentisch sitzt ein Mann, der seine Zeitschrift verkehrt herumhält. Offensichtlich liest er sie nicht, sondern belauscht die Produzenten. Das Mädchen da drüben ist eine Journalistin. Aus ihrem Rucksack ragt ein Kameraobjektiv heraus. Siehst du? Sie wird ein Video veröffentlichen und die Fans können die Lippen der Produzenten lesen. Dieser Mann isst zwar seinen Salat, aber siehst du das Mikrofon, das in seinen langen Haaren klemmt? Drei Leute stehen in der Schlange vor der Eistheke. Der erste bekommt ein Waffeleis vom Verkäufer. Der Mann hinter ihm wirkt nervös. Er hat seine Hände in den Taschen vergraben. Der dritte Mann beobachtet irgendwas durch sein Fernglas. Wer von denen ist ein Polizist? Schau dir den ersten Typen an. In seiner Tasche steckt ein Polizeifunkgerät. Wo ist mein Geld? schreit der Besitzer des Restaurants. Es sind noch 30 Minuten bis zum Ladenschluss, aber es ist kein Geld in der Kasse. Drei Angestellte haben heute gearbeitet, aber sie schwören, dass sie das Geld nicht angerührt haben. Sie sagen, dass keine Kunden im Restaurant waren. Der Chef glaubt ihnen aber nicht. Er mustert die Angestellten und versucht herauszufinden, wer der Dieb ist. Linda trägt eine Sonnenbrille, Jeans und ein modisches T-Shirt. Sie hat auch ein teures Telefon. Michael trägt teure Designer-Klamotten. Sarah trägt eine normale Jacke und einen langen Rock. Was denkst du, wer das Geld gestohlen hat? Sie sagen alle die Wahrheit. Schau dir mal das Schild an der Tür an. Geöffnet steht da. Das bedeutet, dass Leute, die draußen am Lokal vorbeigingen, das Schild geschlossen sahen. Die Angestellten waren nur zu dusselig, es umzudrehen und deshalb kam kein Kunde rein. Mike läuft eine lange Straße entlang. Er ist verschwitzt, hungrig und durstig. Es sind keine Autos in der Nähe und sein Telefon funktioniert nicht. Mike geht noch ein paar Schritte und setzt sich dann an die Straße. Er kann nicht mehr weiterlaufen. Dann hört er ein Fahrzeug, das sich nähert. Ein großer Bus taucht auf. Er hält neben Mike an und die Türen öffnet sich, aber Mike steigt nicht ein. Er sieht ein Auto und ein Motorrad kommen. Auch sie halten bei ihm an. Alle Fahrer bieten Mike an, ihn mitzunehmen. Für wen sollte er sich entscheiden? Der Bus scheint okay zu sein, aber einer seiner Reifen ist platt. Die Fahrt wird also nicht sehr lange dauern. Schau dir den Biker an. Sein Gesicht wird von einem Helm verdeckt, aber er hat Hufe anstelle von Füßen. Mike entscheidet sich für das Auto. Ein Videoblogger läuft seit mehreren Stunden durch die Wüste. Der Mann hat kein Wasser mehr und er verliert an Kraft. Aber sein Kamera-Akku ist vollgeladen. Er erklimmt einen kleinen Hügel und sieht drei Seen. Aber nicht alle sind echt, hilft dem Blogger die Vater Morgana zu erkennen. Er hat eine Videokamera, mit der er die Seen filmen kann. Trugbilder können nicht aufgenommen werden. Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße unterwegs, als er einen Schrei hört. Eine Frau ruft um Hilfe. Sie scheint im Wald zu sein. Der Biker fährt in ihre Richtung und sieht drei junge Frauen zwischen den Bäumen. Sie flehen alle, sie vor einem Vampir zu retten. Aber wer von euch ist der Vampir? fragt der Mann. Sie ist es, schreien alle Mädchen und zeigen aufeinander. Wie kann der Biker herausfinden, wer ein Mensch ist? Es gibt zwei Seitenspiegel am Motorrad. Der Biker muss nur den Lenker drehen und dann sieht er, welche Frau ein Spiegelbild hat. Martin besucht gerne Lost Places und heute will er sich ein riesiges, verlassenes Einkaufszentrum auf einer abgelegenen Insel ansehen. Legenden zufolge lebt der Minotaurus in diesem Gebäude. Die Kreatur sieht aus wie ein Mensch, hat aber einen Stierkopf. Natürlich glaubt Martin nicht an diese Legende. Er hat eine Taschenlampe, eine warme Decke und eine Nachtsichtkamera dabei. Drinnen ist es dunkel und kalt. Martin hört ein seltsames Geräusch, das aus dem Korridor kommt. Er leuchtet mit der Taschenlampe und sieht den Minotaurus. Das Ungeheuer sieht wütend aus. Es richtet seine Hörner auf Martin. Was soll er jetzt tun? Schnell, der Stier wird gleich angreifen. Erinnerst du dich an die Decke, die Martin mitgenommen hat? Er sollte sie gegen die Schnauze des Monsters werfen, um es zu verwirren, damit er abhauen kann. Michelle steht vor einer verschlossenen Tür. Davor liegen eine Axt, ein Hammer, eine Bohrmaschine und anderes Werkzeug. Das Mädchen versucht, die Tür mit der Axt aufzubrechen, aber die Tür ist aus Metall. Dann versucht sie, das Schloss mit dem Hammer zu zerschlagen. Das funktioniert aber auch nicht. Versuch nicht, sie mit Gewalt zu öffnen. Es gibt einen einfacheren Weg, sagt eine unheimliche Stimme. Michelle versucht, die Tür durch Drehen des Griffes zu öffnen, aber auch das klappt nicht. Was kann sie sonst noch tun? Michelle sollte einfach mal an die Tür klopfen. Klarer Sternenhimmel, frische, kühle Luft, endlose Dünen, ein kleines Lagerfeuer und ein Zelt. Dieser Ort ist wie ein Märchen. Sarah hat sich schon immer gewünscht, eine Nacht in der Wüste zu verbringen. Sie macht Fotos von den Sternen, trinkt heißen Tee aus einer Thermoskanne und genießt das Leben. Es ist eine perfekte Nacht. Zu perfekt. Das Lächeln verschwindet aus Sarahs Gesicht. Es ist nicht real. Zwei Zeichen deuten darauf hin, dass Sarah schläft. Welche Zeichen sind es? Zwei Monde leuchten am Himmel und eine Krabbe schaut Sarah aus dem Sand an, aber eigentlich leben Skorpione in der Wüste und keine Krabben. Marie öffnet ihre Augen und stellt fest, dass sie sich an einem unbekannten Ort befindet. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist ein Spaziergang im Park und dann Dunkelheit. In dem Raum liegt eine Menge Zeug rum. Eine rote Lampe blinkt an der Decke. Hier muss etwas passiert sein. Marie kann durch die Tür gehen. Sie ist offen. Aber warte, sie sollte noch ein paar nützliche Dinge aus dem Raum mitnehmen. Aber was? Sie kann nur zwei Gegenstände mitnehmen. Welche sollten es sein? Marie sollte eine Taucherausrüstung mitnehmen. Schau dir, das kleine Fenster an. Da schwimmen Fische vorbei. Marie ist unter Wasser. Alex kehrt nach dem Training im Fitnessstudio in seine Wohnung im obersten Stockwerk zurück. Er macht den Herd an, um sich eine Suppe zu kochen. Als er gerade zu Mittag ist, klopft jemand an die Tür. Es sind Arbeiter der Wasserwerke. Sie sagen, dass die Decke in Alex' Wohnung einzustürzen droht, weil seine Nachbarn vergessen haben, den Wasserhahn abzudrehen und nun das Gebäude überfluten. Sie fordern den Mann auf, sofort zu evakuieren. Alex macht die Tür zu und ruft die Polizei. Er ist sich sicher, dass die beiden Männer Diebe sind. Wie hat Alex das herausgefunden? Er wohnt im obersten Stockwerk. Keiner kann ihn überfluten.